Herzlich Willkommen und schönes Eingeschalten, hast du eine neue Folge angeträumt? Diesmal stelle ich euch LittleBigWorkshop vor, ein kleinknuffigen Simulationsmanagement-Spiel und deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, gehen wir einfach rein, erstellen ein neues Spiel. Unser Fabrikname wird lauten, nochmal, angeträumt, angeträumt, träumt, ne geht nicht, träumt, ah jetzt, GmbH, so. Und dann starten wir einfach mal rein ins Spiel. Rennt dir die Zeit weg, das Spiel pausiert, wenn du deine Produkte planst, lass dir Zeit. So, da sind wir nun. Auf unseren kleinen Arbeitstischchen, nenne ich es mal, kommt dir das bekannt vor, du kannst das Tutorial im System-Menü überspringen, natürlich machen wir es nicht. Kamerabewegungen mit WASD oder mit der rechten Maustaste, können wir hier einmal rumdrehen. Ihr seht, wir können auch, glaube ich, noch die Kameraperspektive allgemein ändern, aber gerade eben klingelt das Telefon, da gehen wir einfach mal ran. Hallo, ich habe gerade einen neuen Laden in der Nähe deiner Fabrik aufgemacht und da wir beide neu sind, können wir einander vielleicht behilflich sein. Kauf dir eine Werkbank, ich rufe dich später wieder an. Alles klar. So, dann haben wir unten das Menü. Kauf deinen ersten Arbeitsplatz im Shop. Wir haben jetzt verschiedene Sachen hier. Einmal Basic. Pausenraum, Deko, Zone und noch nicht freigeschalten ist die Ladebucht. Schalte Ladebucht und Forschung und Entwicklung frei. Dazu brauchen wir aber, glaube ich, Stufe 5 oder irgendwas. Man kann auch die Kameraperspektive noch ein bisschen ändern. Genau, wenn man das mittlere Mausrad einmal klickt, switcht das so ein bisschen einmal komplett hin und her. Das kann man auch, glaube ich, mit Q und mit E. Ja, perfekt. Dann haben wir hier rechts unten, haben wir dann, sage ich mal, wie viel Kaffee produziert wird für die Pausenräume und verschiedene Sachen, die wir hier noch momentan nicht freigeschaltet haben. Wie Meilenstein, Forschung, Entwicklung, Arbeiter, Inventar, Kundenbeziehung, Verbrauchstrangliste. Also ich glaube, das ist mehr so die allgemeine Rangliste der ganzen Betriebe. Wirtschaft und Statistik, Tag 1, die Uhrzeit. Und hier können wir normale Geschwindigkeit schnell, extra schnell, hier unser Geld. Und hier unser, sage ich mal, Gewinn. Steht ja auch da, Gewinn pro Stunde. Ansonsten gibt es noch irgendwas, wo wir hier einmal kurz erklären können. Wir haben hier unseren Bauplan oder Planungsmodus. Der Markt ist halt alles noch nicht freigeschaltet. Hier die Uhrzeit. Und rechts oben haben wir die Hindernislinse. Da wird uns markiert, wo unsere kleinen Arbeiter und Arbeiterinnen Probleme haben, durchzukommen. Oder wo sie über Hindernisse drüber laufen müssen. Wo dann, sage ich mal, die Geschwindigkeit dadurch ein bisschen reduziert wird. Hier sieht man es halt an den Seiten. Das ist momentan rot markiert, wenn irgendwas in den Raum reinstellt oder legt. Kann es natürlich sein, dass wir erst drüber steigen müssen und so die Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen vermindert ist. Dann haben wir hier noch den Raum, die Raumeffektlinse. Da sehen wir dann, wenn wir auf die verschiedenen Räume gehen, habt ihr einmal oben links rot markiert den Lärm. Dann grüne Komfort und unten die Laune. Und natürlich muss man versuchen, den Lärm ein bisschen entgegenzuwirken, weil die Maschinengeräte produzieren nochmal Lärm mit ein bisschen Komfort, den wir dort platzieren können. Mit verschiedenen Sachen, wo wir vielleicht noch später drauf zugreifen können und zeigen können, können wir die Laune erhöhen. Und somit erhöht sich dann auch die, ich glaube, die Geschwindigkeit der Arbeiter und Arbeiterinnen. Ansonsten haben wir noch Reparaturlinse. Da sehen wir dann später vielleicht auch noch, wo wir dann Maschinen haben, die wir eventuell reparieren müssen. Und was haben wir hier? Arbeitsplatz, Priorität, Linse. Habe ich so auch noch nicht ausgewählt. Das glaube ich, wenn ihr mehrere Produkte herstellt und die Zeit läuft euch ein bisschen davon, könnt ihr über diesen Button auch dieses Produkt priorisieren, sodass dann erstmal sich um das Produkt gekümmert wird. Gehen wir mal zu unserer Aufgabe zurück. Wir haben jetzt also, kaufe deinen ersten Arbeitsplatz im Shop. Wir sehen jetzt hier, basic, haben wir die Montagestation, wir haben hier die Tischlerstation, Metallstation, Spritzgießmaschine. Wir haben eine Nähstation, wir haben eine kleine Schmiede, wir haben eine Streichstation. Für die Versorgung haben wir ein kleines Regal, großes Regal und ein Schrottcontainer, wobei wir schon einen Schrottcontainer stehen haben. So, wir sollen erstmal eine Tischlerstation hinstellen. Wähle, wo du den gewählten Gegenstand aufstellen willst. Tipps mit Umschalten, Klick, kannst du mehrere gleiche Gegenstände platzieren. Drücke R, Standard-Taste, um den Gegenstand zu drehen. Halte STRG für freie Platzierung. Ich drücke mal R, da können wir ein bisschen drehen. Sieht es hier, wir können auch ein bisschen ran- und rauszoomen. Ich würde sagen, ach, das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde einfach sagen, wir tun den Tisch vielleicht einfach mal hier hin. Dann, das seht ihr jetzt hier schon, gibt Komfort minus 5, da Lärm verursacht wird. Sieht man es auch noch oben schon angezeigt und geben das Ganze in Auftrag. Man sieht dann auch hier, Tischlerstation kostet 2475 Münzen. Nimmt die Bestellung an, um deinen neuen Arbeitsplatz geliefert zu bekommen. Wird gleich abgezogen. Es dauert eine Weile, bis die bestellten Arbeitsplätze geliefert werden und installiert werden. Hier haben wir unsere Anladestation. Ne, unser Anlieferungsbereich Alpha. Irgendwann kommt dann auch mal, ich glaube hier oben ist markiert. Wenn man einmal hier rum switcht. Genau, hier sieht man auch den LKW, der dann irgendwann früher oder später mal ankommt. Wir sollten vielleicht auch mal Play drücken, damit auch was passiert. Und nicht einfach in Pause lassen. So, da kommt er also. Hallo. Schön, vorsichtig, rückwärts einparken. Da wird unsere erste Tischlerstation angeliefert. In der kleinen knufigen Kiste. Erstmal raus, erstmal ein bisschen die Umgebung angeguckt. Und jetzt trägt er uns unsere Station hier rein. Auf, ich weiß gar nicht, ob er die aufbaut. Mal gucken. So, einmal hingesetzt. Ich glaube, da kommt von uns eventuell ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und baut das gleich auf. Na, tschüss. Da lässt sich ein bisschen Zeit hier. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Kein Stress. So. Einmal drüber gestiegen und jetzt wird unsere Tischlerstation aufgestellt. Perfekt. Und schon klingelt wieder das Telefon. Wie sehr hast du eine Werkbank? Ich habe nur noch wenig Gartenzwerge auf Lager. Kannst du mir ein paar machen? Natürlich. So, geschnitzter Holzzwerg. Plane für deine Fabrik, dieses Produkt herzustellen. Plane, wie deine Fabrik dieses Produkt herstellen soll. So ist richtig. Wir sehen jetzt hier 49 Tage und 23 Stunden haben wir die Frist. Man kann hier den Arbeitsplatz daran anweisen, dass er dann schneller arbeitet. Dadurch wird er aber schneller reparaturbedürftig. Hier haben wir dann oben unsere Liste noch dringend mit der Projektübersicht. Aber wir sollen erst mal das Produkt planen. Dies ist der Planungsmodus. Hier kannst du entscheiden, wie deine Produkte hergestellt werden. Damit kommen wir jetzt hier auf den Bereich. Eckige Knoten sind Produkte oder Teile. Das kann alles sein. Von kleinen Holzbrettern bis hin zu komplexen Umbaugruppen. Dann haben wir hier die runden Knoten. Das sind Aktionen. Sie werden von deinen Arbeitern an verschiedenen Arbeitsplätzen ausgeführt. Und da drüben haben wir dann. Dies ist dann dein Plan. Dies ist das nach deinem Plan entstehende Endprodukt. Ein bisschen Sprachfasching muss natürlich auch wieder dabei sein. Okay, zum Ausführen von Aktionsknoten wird ein Arbeitsplatz benötigt. Dafür die rechte Maustaste drücken. Dann haben wir hier oben einmal unseren Button, der sich öffnet. Und dann gehen wir auf diese Station. Ich glaube die linke Maustaste. Ja, perfekt. Okay, einmal angeklickt. Dann haben wir jetzt den geschnitzen Holzwerk Plan A1. Man sieht auch hier ist jetzt alles abgehakt, was wir machen sollten. Es werden drei Stück hergestellt. Beginnen mit dem Plan. Perfekt. So, die benötigten Materialien sind auf dem Weg. Kommt der LKW wieder an. Weil das benötigt ja auch als Ressourcen, die jetzt geliefert werden. Ein LKW in Ladebucht angekommen. Dann kriegen wir die Meldung. Keine Lagerfläche für Holzklotz verfügbar. Bau ein Lager oder passe die Größe eines bestehendes Lagers an. Weiße deinem Materialien eine Lagerfläche zu. Dann haben wir jetzt die verschiedenen Zonen. Ich würde einfach mal sagen, wir packen mal das hier in die Ecke, oder? So, dann können wir das hier noch einmal vergrößern. Wir nehmen mal diesen Bereich hier gleich. Sieht ihr den Fortschritt hier an? Okay, 0,0%. Wow. Verstanden. So, der Holzklotz wird jetzt hier schön auf die Ladezone oder Ladefläche eigentlich normalerweise abgelegt. Aber diesmal wird es einfach gleich rübergetragen. Spule mit diesen Tasten vor. Das machen wir mal. Jetzt wird hier schön was gehandwerkelt, gezimmert. Unser erster Holzwerk. Rübergewuselt. Nächsten Holzklotz genommen. Und gleich Nummer 2. Ein bisschen nebenbei gelesen, ne? Ja, ja. Kann man natürlich auch noch doppelte Geschwindigkeit. Dann wohnen wir noch ein bisschen schneller hier. Und schon sind wir damit fertig. Liefere dein fertiges Produkt aus. Einmal abliefern. Der Kunde holt die Produkte ab. Ich weiß gar nicht, müsste, glaube ich, jetzt eine andere Ecke. Das müsste sogar er sein, der uns angerufen hat hier. Gucken wir einmal rein. Genauso sieht es aus. Guten Tag, guten Tag. So, die geschnitzten Holzwerke einmal rein damit in den LKW. Hallo. So, Nummer 3 auch noch. Vorsichtig, damit hier nichts kaputt geht. Und dann noch alles verzorgen. Ladungssicherung und alles so, ne? Ich habe gerade die Lieferungen mit dem geschnitzten Holzwerk bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starten schon, während ich sie noch auspacke. Hoffentlich können wir die Zusammenarbeit fortsetzen. Bezahlung erhalten 3.150 Münzen. Erfahrung erhalten 3.375. Perfekt. Okay, schau dir in der Wirtschaftszusammenfassung deinen Verdienst an. Nach dieser Einführung berechnet dir die Mitarbeiter ihre Zeit. Da sieht man halt die komplette Auflistung. Inventar, beziehungsweise, ich glaube, das ist jetzt die Station, die wir uns gekauft haben. Das ist die Bezahlung und die Materialkosten. Dann sieht man halt, mit was man dann rausgeht. 675 Goldmünzen. Ja, klicken wir mal wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Genau, Telefon klingelt schon wieder. Da bin ich wieder. Die Zwerge verkaufen sich super. Und ich möchte mehr davon verkaufen. Kannst du mir Regale dafür bauen? Natürlich. Okay, plane, wie deine Fabrik dieses Produkt herstellen soll. Jetzt sollen wir halt 5 Regale herstellen. Eigenschaften legen die Produktqualität fest. Dieser Auftrag hat Eigenschaftsanforderungen. Da sieht man hier drüben einmal die Haltbarkeit. Sollte halt das Ziel sein 2 und der Stil sollte 10 sein. Okay, Eigenschaften hängen von den verwendeten Teilen und Materialien ab. Rechte raus. Da hast du drauf geklickt. Optionen mit einem roten Hintergrund kannst du mit deiner Fabrik aktuell nicht auswählen. Triff einen Plan, eine andere Entscheidung oder wähle etwas mit neutralem Hintergrund aus. Dann nehmen wir dann diese. Die Regalstütze B. Wähle das Material für dieses Produkt aus. Was nehmen wir denn? Wir brauchen... Das ist günstiger helles Holz, dunkles Holz. Hier nehmen wir das helle Holz. Hier drüben müssen wir auch nochmal das helle Holz auswählen. Okay, perfekt. Kauf einen Arbeitsplatz, der das kann. Naja, wir brauchen... Was brauchen wir denn für einen Arbeitsplatz? Wir gucken mal eben drauf. Wir brauchen jetzt eine Montagestation. Okay. Wo stellen wir die denn mal hin? Ich glaube, nicht hier direkt im Weg. Ich stelle die mal hier in die Ecke hin. So. Macht natürlich auch minus 5 Lärm. Die werden wir gleich mal in Auftrag bzw. bestellen. Und dann gehen wir wieder in den Planungsmodus. Denn wir sollen ja jetzt hier das miteinander verknüpfen. Okay, jetzt haben wir drei verschiedene Knotenpunkte noch. Wo wir jetzt angeben müssen, wo das Ganze verarbeitet wird. Perfekt. Perfekt. Alles bei unserer ersten Montage... Nee, Tischlerstation, Werkstation, Werkbank. Folge der Checkliste, um den Plan durchzuführen. Akzeptiere ihn. Haben wir zielt, wie gesagt, 2 und 10. Sind bei 2 und 10 sogar. 5 Stück sollen wir herstellen. Los geht's. Da hat man nochmal schön mit den Icons gesehen, wie dann die Arbeitsschritte verteilt werden. Und das dürfte jetzt unsere Montagestation sein. So sieht's aus. Okay, wenn wir mal ein Stück vorspulen. Hallo. Hallo. Da sieht man auch 2 Arbeiter, Mitarbeiter oder untätige Bediener und Bedienerinnen haben wir momentan hier. Und untätige Arbeitsplätze werden auch markiert. So, wer möchte die Montagestation aufbauen? Wer hat Lust? Da kommt schon der nächste LKW. 49 Tage. Ich glaube, den Auftrag kriegen wir auf jeden Fall hin. Na? Ich... Machen wir noch die Kamera mit WASD. Man kann ja normalerweise auch mit der rechten Maustaste, aber irgendwie... Naja. Okay. Oh Gott. Was ist da los? Akku leer. Einer deiner Mitarbeiter oder Arbeiter... Oder Arbeiterinnen? Genau. Hallo. Ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. So und jetzt? Aha. Kloppt hier was auf. Die Energie deiner Arbeiter regeneriert sich im Pausenraum schneller. Jetzt sieht man halt den Akku. Wie er sich langsam wieder auflädt. Aber wir sollen jetzt einen Pausenraum sozusagen kreieren, aufbauen. Das heißt, wir setzen hier einfach mal den Pausenraum. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt hier einen Coffeemaker 2000, der uns drei Kaffee herstellt. Oder die Kaffeegeschwindigkeit drei und vier Kaffees werden da... Ne, drei Kaffees werden da gemacht. Und die Braugeschwindigkeit ist nämlich, ich sage mal, vier. Der Coffeemaker 2000 lässt Koffeinträume wahr werden. Ja, den brauche ich da auch jeden Morgen. So. Stellen wir hier auf. Jetzt haben wir noch andere verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht. Stellen wir uns noch... Kommen wir jetzt noch so ein Tischchen hin. Das können wir dann hier so... Ich sage hier so hin. Und... Vielleicht noch ein bisschen Musik. Ne, das Videospiel. Haben wir hier noch ein Radio. Hier haben wir noch ein Radio. Perfekt. Stellen wir direkt daneben. Und dann sieht man jetzt hier... Zehn Stück werden am Tag produziert. Perfekt. Okay, kostet 2.900 Münzen. Gleich mal... In Auftrag gegeben. Das Radio spielt schon. Aha. Okay. Dort wird unser erstes Regal... Angefertigt. Was ist da denn los? Hä? Platziere mehrere Gegenstände in einem Pausenraum, um die Wiederherstellungsrate der Pausenpunkte zu erhöhen. Ist ja gut und schön. Warum hast du jetzt denn den Klotz da hingelegt, sag mal? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wartet er, dass er ja gleich aufbauen kann. Gucken wir mal eben. Ich spule mal ein bisschen vor. Ah, er holt dann noch die Sache mit raus. Aber der Fortschritt ist trotzdem eigentlich noch ein coolen Bereich. Okay. Einmal bitte aufbauen. Dadurch kriegt man hier einen komplett neuen Boden in den Raum rein. Das ist jetzt unser schnuckliger Pausenraum. Man sieht jetzt hier, wir haben jetzt drei Kaffee momentan. Die wir uns... Abzapfen? Nee. Die wir uns... Den Kaffee, den wir uns rösten können. So. Aber unser Mitarbeiter, Mitarbeiterin liegt leider immer noch erschöpft am Boden. Muss halt erstmal wieder aufstehen. Okay. Schuhe mal ein bisschen vor. Aber reicht das noch nicht? Wir sollen noch ein bisschen mehr aufstellen. Alles klar. Ja. Was stellen wir denn noch auf? Pausen. Ich habe einen Schachttisch hingestellt. Ich wollte eigentlich... Okay. Ich wollte eigentlich diesen. Ich habe mich schon zum Anfang gewundert, dass der Tisch so klein war. Na gut. Dann machen wir das halt so. Kostet 800. Ein bisschen vorspulen. Dass dann der Pausentisch noch geliefert wird. Den habe ich ganz vergessen. Naja. Haben sie halt einen Schachttisch. Aber nicht schlecht. So. Okay. Vielen Dank. Erfüllende Auftrag und liefert die Produkte aus. Akku ist gleich wieder voll. So. Schön mit Blümchen. Zucker. Salzstreuer etc. PP. Schauen wir mal weiter vor. Weil alleine kann er jetzt halt nicht so wirklich gut vorankommen. Da liegen noch ein paar Holzbretter. Und die ersten Ecken fürs Regal, die da gefertigt werden. So. Gleich geht es los. Mal noch ein bisschen vorspulen. Uhu. So. Okay. Alles klar. Alle beide sind wieder fit. Beziehungsweise der Kaffee wartet da schon drauf. Dass er endlich getrunken wird. Aber unserem Montagetisch werden jetzt die ersten weiteren Teile gefertigt für unser Regal. Oder vielleicht auch nicht. Das sollte man nicht weglegen. Es sind wahrscheinlich schrottene Abfälle, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Die dann sozusagen entstehen können, oder? Nee. Oder nicht. Na gut. Die werden schon wissen, was wir machen. Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen was machen hier. Ein bisschen vorspulen. Ja, genau. Ein bisschen Zeitung lesen. Kein Problem. Ah, okay. Warum hast du das denn vorhin da hingelegt, Mensch? So. Jetzt fährt ich da weiter. Aber hier wird, glaube ich, noch was benötigt. Kann das sein? Ja, genau. Okay. Da sieht man halt, zwei von diesen Regalschlitzen D sind da. Aber die Holzbretter fehlen noch. Die werden dann hier als nächstes gefertigt. Ich schau mal vor. So. Sind schon welche da? Nee, immer noch keine da. Jetzt kommen die ersten. Perfekt. Da kann man ein bisschen Pause machen. Genau. Und dann geht es gleich weiter. Erarbeitet ihr ja ununterbrochen, ne? So, los geht's. Über 51% haben wir schon hergestellt. Einwandfrei. Da kommt schon das erste Regal raus. Perfekt. Natürlich ein helles Regal. Wir hätten es auch mit dunklen Holz machen können. Aber die Materialkosten wären halt ein bisschen höher gewesen. Huch. Ganz, ganz ruhig, vorsichtig. Das finde ich mal ein bisschen... Zweimal in Folge hingefallen. Das finde ich mal ein bisschen komisch, wenn sie dann hinfallen, dass sie dann die Sachen liegen lassen oder beziehungsweise wenn sie sie aufheben, tragen sie es erst nur zur Ladestation wieder zurück und nehmen sie dann wieder und tragen sie dann zum, 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 zum ihren Arbeitsplatz. Na gut. Oder mal gucken. Was macht er jetzt? Ah, diesmal läuft er. Okay, weil er wahrscheinlich doppelt hingefallen ist. Vorführeffekt. So. Regal Nummer 2. Kann man ein bisschen die Zeit vorspuren lassen. Die arbeiten ohne gebrochen. Die haben schon abends um 11. Weiter geht's. Da dudelt die Musik fröhlich vor sich hin. Ja, sieht auch gut aus. Kann man eigentlich doppelte Geschwindigkeit machen. So, Regal Nummer 4 ist auch fertig. Und dann kommt das letzte gleich. Aber das sind, glaube ich, das müsste, glaube ich, Abfälle sein. Die, die bin ich eigentlich der Meinung. Wir müssen mal gucken, wenn der Auftrag dann... Oh, wir können schon ausliefern. Entschuldigung. Wenn der Auftrag dann abgeschlossen wird, werfen sie ja teilweise dann die Teile in unsere Metallschrott. Wie nennt sich das? Container? Das, was jetzt der Fall ist. So, genau. Einmal 5 Regale. Hallo, schön, dich wieder zu sehen. Hat doch gar nicht so lange gedauert, ne? Einfach reingelegt. Naja, ob das so die Ladungssicherung ist? Wurde wieder was weggeworfen? Okay, ich habe gerade eine Lieferung im Regal, äh, der Regal 80 Zentimeter bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starren sich schon während ich auspacke an. Hoffentlich können wir wieder zusammenarbeiten. 2500 Goldmünzen und Erfahrung 930. Da klingt schon wieder das Telefon. Zwerge und Regale. Ich denke, das reicht erst mal. Ich komme auf dich zurück, wenn ich was brauche. Du solltest dich auf dem Markt umsehen. Dort suchen viele Leute Waren. Tschüssi. Okay. Nutze den Markt, um Arbeit zu finden. Für mehr Info, wähle Links, Auftrag oder Angebot aus. Okay, alles klar. Hier ist der Gesamtmarkt. Hier herrscht stetige Nachfrage von Produkten und du kannst regelmäßig Einnahmen generieren. Wähle ein passendes Angebot. Da haben wir jetzt dieses hier. Neu. Klicken wir einmal an. Diese Tags geben dir einen Überblick über die benötigten Produkte. Da haben wir jetzt einmal Plastik, kleines Projekt und Massenproduktion. Hier siehst du den aktuellen Preis und die aktuelle Nachfrage. Der Preis bleibt momentan stetig und die Nachfrage, naja, ist eigentlich nicht so dolle. Die sind die Eigenschaften, die du übertreffen musst, damit das Produkt akzeptiert wird. Alles in allem ist das Produkt nicht gut geeignet. Die Nachfrage ist gering, der Preis durchschnittlich und du brauchst einen Plastikarbeitsplatz dafür. Das stimmt. So, jetzt haben wir oben das Vogelhäuschen. Ne, Hundehütte, Entschuldigung. Dieses Produkt ist ein leicht herzustellen. Das Produkt, die Nachfrage ist groß und die Bezahlung ist viel besser als das vorherige. Ja, das sieht gut aus. Verstanden. Da brauchen wir 1, 4 und gefragt sind, aber das sind 65 von 65 Einheiten. Gibt 462 Goldmünzen. Wähle ein passendes Angebot. Du planst jetzt einfach mal. Okay, sollen da jetzt, was ist das denn? Topper Deko und auch Topper Deko. Wir sind da bei 2 bis 4. Was macht da jetzt einen Unterschied? Wir nehmen einfach mal, was nehmen wir dann? Komm, wir nehmen dieses hier. Wählen hier noch das helle Holz wieder aus. Wir haben dann unsere Knotenpunkte, die wir dann einmal setzen müssen. Einmal da rein. Einmal, ne, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, und hier wird dann alles montiert. Okay, aktuell 5, 4 und wir sind über sie hinausgesprochen. Wir haben, benötigt wird nur 1, 4, sei es drum. Haben Materialkosten von 24 Goldmünzen, Löhne 32, machen Profit 406. Sollen jetzt die Zielmenge von 7 festlegen. Dadurch geht natürlich alles noch ein bisschen weiter nach oben. Jetzt haben wir einen Profit von 2088. Beende die Planung, beginne die Produktion. So, alles fröhlich, das ist schön. Da werden jetzt wieder die ganzen Materialien inspiziert, den Arbeitsplatz durch Rechtsklick. Okay, es wird eine Weile dauern, diesen Auftrag abzuschließen. Okay. Bestellt ihr noch eine Montagestation? Muss das dann sein? Okay, stellen wir die Montagestation, stellen wir mal hier hin, würde ich sagen. Oder stellen wir die da hin? Ich weiß gar nicht. Dann stellen wir die mit hier ran. Dann stellen wir die da mit ran. So, und geben die gleich mal einen Auftrag. Teile dieses Objekt auf. Okay, dadurch, dass wir dann zwei Montagestationen haben, können wir den Arbeitsauftrag aufsplitten auf zwei Stationen. Das heißt, wir klicken einmal hier an, haben dann Auftrag aufteilen, haben dann sechs Hundehütten, dort können wir dann drei jeweils fertigen pro Station. Schieben das einmal rüber und klicken die andere Station an und somit ist das dann aufgeteilt. Dort wird schon fleißig gearbeitet. Stelle einige Arbeiter ein. Wie stellen wir jetzt ein? So, stelle einen Bediener ein. Ja, machen wir. Kostet uns pro Tag 150 Münzen und wir können hier auch noch, was bist du? Ich habe einen Transporteur. Gucken wir mal, rekrutieren. Was ist das hier? Ach, auch lustig, das habe ich gar nicht gezeigt. Wenn man dann einen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstellt, fällt die Plums nicht einfach im Himmel runter. Okay, haben wir das fertig? Huch. So, machen wir momentan ein Minus von vier Goldmünzen. Ist jetzt auch denen geschuldet, dass wir jetzt noch nicht viel arbeiten, beziehungsweise natürlich auch Menge Ausgaben momentan haben. Schließe das Produkt ab. Läuft ganz schön langsam, ne? Ist die Kiste so schwer? Oh, kann mir mal jemand helfen? So, einmal dahin gesetzt. Was man auch sehen kann, sind jetzt die verschiedenen Namen hier. Clara Jäger, Tobias Krause und Heinrich Werner mit den verschiedenen Rängen. Die können ja auch vom Rang her aufsteigen. Haben wir jetzt neu freigeschalten. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen davor spulen. Man sieht jetzt hier, unsere Produktion ist ja momentan bei dem Stand und hier drüben sieht man, wie weit man eigentlich sein müsste zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das heißt, wir sind momentan im Hintertreffen. Oder beziehungsweise, es ist ja Zeitraum, glaube ich, bis das allgemeine Angebot auf dem Markt abläuft. Gucken wir mal eben. Man hat das irgendwo gesehen. Marktupdate in sechs Stunden. Irgendwas war da. Es gibt ja dann verschiedene auch noch, wo man dann beziehungsweise auf Zeit machen muss. Aber ich glaube, das war einmal die Markierung dann, wenn man im zeitlichen Hintertreffen geraten ist. Aber momentan ist das da wohl egal, weil das eine Massenproduktion ist und kein Auftrag ist, den wir in einem gewissen Zeitraum abschließen müssen. So, da wird schon fleißig gewuselt und Käffchen getrunken. Wenn man Musik hört, ein von sieben Hundehütten haben wir schon. Fleißig, fleißig sind sie. Aber ich glaube, mehr werde ich nicht einstellen. Da kriegen wir jetzt schon wieder das Telefon. Was für ein Desaster. Deine Zwerge sind schon ausverkauft und ich brauche sofort mehr. Ich bezahle alles. Okay. Geschnitzte Holzwerk, Produktion Plan. Da wir jetzt diesen Produktionsweg schon geplant haben, ist alles schon sozusagen abgespeichert. Wir können gleich unseren Auftrag beginnen. Dieses Produkt muss priorisiert werden. Fahre mit dem Cursor über die Verfolgung und klicke auf Prioritätsschaltfläche. Hier. So, klicken wir einmal drauf. Hauptpriorität. Switcht einmal um. Und es wird jetzt als erstes unser geschnitzte Holzwerk gemacht. Sechs Stück. Man sieht es hier auch rot markiert. Das ist halt dieser Zeitraum, den wir einhalten müssen. Und wenn wir darüber hinweg kommen, wird es dann irgendwann, glaube ich, grün. Aber gucken wir mal. So, die ganzen Holzklötze werden hier abgeliefert. Derweil wird hier halt noch ein bisschen fertig gearbeitet. Beziehungsweise die anderen Materialien werden dann, glaube ich, zurückgetragen. Gucken wir mal. Aber momentan können wir ein bisschen vorspulen. Kommen wir da noch nicht ganz hinterher. Pause machen, genau. Beide Pause machen. Nur noch einer, der arbeitet hier. Ah, jetzt bei vor. Okay, jetzt sieht man halt, wir haben jetzt einen zeitlichen Vorsprung. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Dafür, dass zwei Pause machen. Aber es ist halt auch ein Auftrag, der schnell herzustellen gilt. Ich meine, man nimmt den Holzklotz und macht da ein geschnitztes Holzwerk draus. Alles perfekt. Wird dann später auf jeden Fall noch zeitlich aufwendiger. Beobachten wir mal das Ganze. Schmeckt der Kaffee da? Ja, subi. Okay. Dass wir da die ganzen Holzwerke fertig machen. Dadurch müssen die ganzen Materialien auch nicht wieder zurückgetragen werden. So, einmal du bist dran. Perfekt. Man kann jetzt auch gucken, dass hier dann unser Sternchen füllt sich dann immer mehr dann auch bei unseren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und dann können sie sich dann irgendwann früh oder später gegen einen kleinen Obolus dann auch einen gewissen Bonus ereignen, aneignen. Ereignen, ja genau. So. Ich schalte mal ein bisschen schneller. Guten Morgen, guten Morgen. Da möchte jemand die Holzwerke noch fertig machen. Noch zwei Stück fehlen. Ich muss mal angucken hier. Sie sehen ja niedlich aus. So, gucken wir mal hier rum. So, vielleicht von dieser Perspektive noch ein bisschen besser. Fröhlich, fröhlich. Okay. Noch einer fehlt. Die wir eben bitte fertig machen. So, perfekt. Können wir ausliefern. Und jetzt können wir uns dann wieder den Hundehütten widmen. Jetzt sind ja schon drei fertig. Immerhin. Gucken wir mal, dass wir die auch noch ein bisschen gewinnbringend loswerden. Eventuell. Hier hat man so ein anderer, ne? Beim letzten Mal in der ersten Lieferung hat er eine Brille aufgehabt, ne? Das ist, glaube ich, dann ein Mitarbeiter von ihm. Muss da ein bisschen drüber steigen über die Gartenzwerge. Kennen Sie schon? Oder? Was ist da los? Ich glaube, da werden wir gleich hin verwiesen. So, einmal ausliefern. Sind alle drin? Ja, perfekt. Und kriegen 2100 Goldmünzen und 1055 EP. Vielen Dank. Du kannst deine Kundenbeziehung hier einsehen. Aktuelle Fortschritte deines Betriebs ansehen. Hier sieht man halt Crazy Steve, Enterprises, Keywords, Billig. Kleine Aufträge, willkürlich, verrückt. Produktionsbeispiele. Den Holzwerk hat man schon. Das müsste dann irgendwie, wie nennt man das dann? Nicht eine Trommel? Da ist es eine Trommel. Und ein Tischchen sein. Crazy Steve leitet eine Flow-Markette und will jede Menge verrückte Produkte für seine Kundenbekanntschaft. Haben wir jetzt Stufe 1. 5855 von 9500. Wenn es eine Beziehung zu einem Kunden verbessert, werden sie freundlicher, zahlen besser und geben dir häufiger Aufträge. Können wir hier noch einmal rumklicken. Das sind die verschiedenen anderen Mitarbeiter, glaube ich, die man dann noch freischalten darf. Okay. Habe ich das jetzt? Ja, perfekt. 4 von 7. Okay. Hier unten sieht man auch unsere Stufe, die wir aktuell haben. Das ist jetzt Stufe 1. Haben wir schon über die Hälfte fertig. Noch drei Hütten. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitraum, wenn man eine gewisse Anzahl oder Stückzeit hat, kann man auch eher abgeben. Gucken wir mal. Aber der Montagetisch oder der Arbeitsplatz ist da nicht mehr so sicher. Aber wir lassen uns erstmal jetzt hier fertig werden. Wir haben auch noch einen Kaffee. Okay, das passt genau, dass immer ein Kaffee da ist. Aber irgendwie fehlt dir was. Wollen wir dir nicht weitergearbeitet? Ah, jetzt. Okay. Vorsichtig, nicht hinfallen. Das ist dann Abfall oder was? Okay. Das heißt so. Ein zu viel gebaut. Okay. Stopp. Marktprojekt abgeschlossen. Marktangebot zeigen und Produkte zu verkaufen. Können wir jetzt einmal anklicken und Abholung aller Produkte anfragen. Ah, okay. Wir haben sieben Stück hergestellt. Es werden Nachfragen. Es sind 65 Einheiten. Sozusagen haben wir jetzt sieben verkauft und es werden noch 58 benötigt. Okay. LQW in Ladebucht angekommen. Guten Tag, guten Tag. Können wir die einmal abliefern. Vorsichtig. Ja, ein Kaffee. Ja, genau. Kaffee geht immer. Perfekt. Haben wir die auch abgeliefert. Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Ich weiß gar nicht. Ich hatte es jetzt unten im Augenwinkel vorhin gesehen. 3.234 Goldenminzen. Okay. Inspiziere den Arbeitsplatz durch einen Rechtsklick. Warte den Arbeitsplatz über diese Schaltfläche. Hier können wir einmal anklicken. Ihr seht jetzt hier, er ist jetzt über die Effizienz darüber hinaus, dass er jetzt schon langsam kaputt geht. Ich glaube, ab diesem Zeitpunkt irgendwann explodiert er dann auch. Deswegen einmal reparieren. Reparatur läuft. Wird dann von unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Stunt gesetzt. Sieh dir deine Ziele und Fortschritte hier an. Im Hilfsbereich findest du detaillierte Informationen zum Spiel. Zertifikat schließt Tutorial ab. Juhu. Zertifikat für Großartigkeit angeträumt GmbH. Perfekt. Da wird repariert. Haben wir jetzt die nächsten Meilensteine. Liefere mehr als 100 Produkte und schließe die letzten drei Kundenherausforderungen ab. Gucken wir mal. Verstanden. Hier haben wir jetzt eine Forschung und Entwicklung. Hier kannst du deine Fabrik verbessern. Jede Verbesserung kostet unterschiedlich viele Verbesserungspunkte. Die verdienst du, wenn du Aufträge oder Herausforderungen und Meilensteine abschließt. Bewege die Maus über die Verbesserung, um mehr darüber zu erfahren. Und verkaufe sie mit einem Klick. Hier können wir immer mehr machen. Da sieht man so die ganzen Tutorial- und Hilfsbereich-Auflistungen für die verschiedenen Sachen. Hier haben wir jetzt einen Skillpunkt. Da kann man jetzt auch sparen, wenn man da zwei Skillpunkte hat. Hier hatten wir einfach die Schalttafeln. Schalttafeln werden genutzt, um Arbeitsplätze zu verbinden. Dies ermöglicht, die Aufträge zu kontrollieren und den Gruppen anstatt einzeln aufzuteilen. Also das, was wir gerade eben mit diesem Montagetisch gemacht haben, kann man da an dieser Schalttafel vereinfachen. Dann schalte die Schalttafel im Laden frei. Oder Lagerverwaltung verbessert deine Logistik, indem du deinen besonderen Zonen in der Fabrik nutzt. Schalte Export und Arbeitsplatz zonenfrei. Ich würde ja einfach sagen, wenn wir jetzt hier zwei Skillpunkte ansammeln, kriegen wir hier einmal Holzprodukt Nummer 1, schalte grundlegende Holzarbeitbearbeitungsmaschinen, wie zum Beispiel Drehbänke, Bandsägen und Klebestationen frei. Mit Hilfe dieser Maschinen kannst du viel effizienter als mit den Handarbeiten. Oder Bautool, schalte dein Bautoolset frei, um neue Wände, Türen und Fabrikbereiche zu bauen. Und als letztes, umweltfreundliche Materialien, schalte umweltfreundliche Materialien für deine Produktionen frei. Damit hast du mehr Arbeitsmöglichkeiten und als kleineren Bonus kannst du vielleicht ein paar Bäume in Fabriknähe retten. Deswegen würde ich sagen, wir sparen einfach mal drauf und haben das Tutorial jetzt fertig und gucken einfach mal rein. Mit diesen Smiley, das sind empfohlene Produkte. Diese grünen Pluszeichen sind neue Produkte, die auf dem Markt sind. Dann haben wir natürlich hier einmal Mittel und Fortgeschritten. Basic Produkte und Aufgaben von den Lieferanten, die wir kennen oder neu, die dazukommen. Wir können jetzt einmal die Basic machen. Wenn man bei denen es anklickt, sieht man zum Beispiel auch, dass es Holz und Metall ist und man verschiedene Maschinen benötigt, die wir einfach nicht haben. Wir müssen jetzt einmal durchklicken, ob wir jetzt irgendwas finden. Holzverarbeitung. Ich klicke mal auf Pause hier, weil das ist ja dann auch das Gold, was ein bisschen flöten geht. Es ist Gold, sei schon das Geld, was ein bisschen flöten geht. Deswegen könnten wir jetzt mal gucken. Wir hätten hier Holz, Metall. Hier hätten wir Holz Premium. Das ist halt die Frage. Premium. Können wir das bauen? Oh, können wir das schon bauen? Das könnten wir da bauen? Ne, da müssen wir kleben. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Okay, so. Gucken wir mal hier mal den Stuhl. Ich glaube, was machen wir denn da jetzt am besten? Normales Produkt. Diese Produkte sind empfohlen. Ja, wenn ich jetzt da drauf gehe und das Produkt plane. Das können wir da herstellen. Das können wir hier die Regalstütze machen. Ja, probieren wir das einfach mal aus. Komm, wir gucken mal auf dieses. Was ist jetzt der Unterschied? Wir haben hier ein kleines Regal. Wir haben hier ein großes Regal. Die Nachfrage steigt. Der Preis ist aber niedrig. Hier sieht man, Nachfrage ist gleichbleibend und der Preis steigt. Der Preis dieses Produkt, das wurde erhöht. 34 werden gebraucht. Wir planen mal das 34. Okay, gucken wir da rein. Das können wir dann hier aufteilen. Dann werden wir, die Maschine haben wir nicht, aber wir können das Regalstützen selber anfertigen. Eigentlich. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Mist erzähle. Nehmen dieses Holz, setzen das auf diese Station. Nehmen da auch das Holz und setzen das ebenso auf die Station. Dann haben wir hier noch, ich glaube, der muss ganz schön viel arbeiten, der Tisch da. Sind wir, haben denn alles? Ja, 2, 10. Wie viel? 34 werden benötigt. Wenn wir jetzt mal vielleicht 10 herstellen. Wir haben 18.000 Gold. Machen jetzt einen Profit von 1.100. Ich weiß halt auch nicht, wie lange das braucht, ne? Arbeits, was ist das? Aktionszeit 16, oh, die Aktionszeit ist 16 Stunden und die Tätigkeitszeit 2 Tage. Das verstehe ich nicht. Wenn ich runtergehe, wird die Aktionszeit. Aktion. Komm, wir machen mal, wir machen mal 10. Fertigung 10, gerade Schnitt 5, Stichsäge. Das sind dann die Abfälle, die man produziert. Wir produzieren einfach mal 10 Stück, würde ich sagen. Und los geht's. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also laut der Anzeige mit der Aktionszeit würde die Aktion für dieses Produkt eher ablaufen, bis wir dann die 10 Stück produziert bekommen. Gucken wir mal. Machen wir auch momentan minus 32, dadurch, dass ja auch niemand arbeitet. Ja, wirtschaften wir auch nicht. Die Sache ist halt jetzt auch, es wird halt alles jetzt an unseren einen Arbeitsplatz hergestellt. Uns anderen beiden werden gar nicht benötigt. Wäre dann auch die Überlegung, das einfach zu splitten auf zwei Tische. Was kostet denn, auf zwei Stationen, was kostet uns? Vorsichtig. Was kostet uns denn der Tischler-Station? Komm, wir bauen mal noch eine. Wir machen das mal eben so. Setzen die mal da rüber, bestellen die und splitten jetzt mal die Aufträge auf. So, da kann man hier teilen auf 5,5. Jetzt habe ich es falsch geklickt, oder? Ja, 5,5. Das schieben wir jetzt rüber auf die Station. Da wären aber nur drei gemacht. Boah, das ist schwierig. Reicht eigentlich, ne? Das wird schon passen. Machen wir das mal. Spuren ein bisschen vor. Da kommt unsere zweite Tischler-Station. Dass wir da ein bisschen alles aufteilen. Da kommt sie. Da wird gearbeitet. Perfekt. Immer noch minus 19. Da könnt ihr gleich mal den Rest aufteilen. Perfekt. Je mehr Dekorationen du hast, desto effizienter sind deine Mitarbeiter. Verstanden. Da haben wir jetzt einen Kaktus. Mag keine Umarmung. Irgendwer findet den bestimmt schön. Eine Top-Pflanze. Ein bisschen Grün hilft beim Entspannen. 100% Plastik. Sogar die Erde. Oder Zwergenpalme. Da fühlt man sich gleich wie im Urlaub. Und da haben wir noch eine fleischfressende Pflanze. Eine seltene, dekorative Blume frisst jede lästige Fliegevieh, das vorbeisummt. Da hat man dann plus 20 Deko. 15, 10, 5. Wir setzen hier mal eine Blume hin. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn hier drin? Minus 20. Okay. Für draußen haben wir auch noch Deko. Wir setzen mal hier. Was macht ihr die? 20, ne? Ne, 15. Okay. Dann setzen wir mal hier eine Blume hin. Hier eine hin. Und da eine hin. Da sind wir doch jetzt ein bisschen Plus oder Laune 2. Das wird schon passen. Während die Produktion da läuft. Sind wir jetzt auch im Plus-Bereich. Machen jetzt 19 Münzen. Ja, wir müssen ein bisschen sputen, ne? Die Regale. Ich hoffe, dass wir die dann verkauft bekommen. Früher oder später. So, einmal aufgestellt. Kann natürlich auch sein, dass dann einfach der Preis wieder sinkt. Und wir dann weniger Profit machen. Aber dann ist es halt so. Aber jetzt wird wenigstens an zwei Tischen gearbeitet. Ist halt viel klein. Klein-Gefriemelte. Ist halt viel Klein-Gefriemelte. Ja. Klein-Gram, den wir jetzt erstmal machen müssen. Aber der Rest geht ja dann eigentlich recht fix. Hoffe ich mal. Da wird nichts gebaut. Doch hier, die Regale. Klar, hier müssen wir dann auch noch machen. Guck mal, hier aufteilen. Die teilen wir dann hier auf. So. Dann werden hier fünf Regale gemacht. Und hier werden drei, beziehungsweise vier Regale gemacht. Okay. Ich habe mich schon gewundert, dass da so wenig Arbeitsschritte sind. Und dann hat er gemacht. 47 Prozent. Was mich immer noch verwirrt, ist diese hellblaue Balken. Ich habe halt hier auch keine Aktions. Oder ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Aktion. Normalerweise kommt dann auch irgendwie so ein Cursor. Aktion endet bald oder irgendetwas mit einem Ausrufezeichen. Irgendwas war da. Habe ich dann was im Hinterkopf. Aber gut. Bei einem Hindernis gehen deine Helfer langsamer. Ja, das hatte ich ja schon vorhin angesprochen. Dass wir da drüber steigen müssen. Das ist halt dann der Vorteil, wenn man es in verschiedene Arbeitszonen aufteilt. Dass die dann, sage ich mal, getrennt gelagert werden. Und so wird halt momentan alles einfach reingestellt. Das Einzige, was wir eventuell noch machen könnten, ist... Müsste ich mal gucken. Man könnte doch hier ein Regal hinsetzen, oder? Hier so eins. Kaufen wir mal eins. Was kostet das? 150? 150. Kaufen wir mal eins. Da wird doch ein bisschen was da reingelegt. Vielleicht ist das so ein kleiner Vorteil. Huch! Ey, du hast das rausgeworfen. Herzlichen Glühstrumpf. So. Schnell wieder rein damit. Achso, ich sollte vielleicht... Hä? Da liegt jetzt was im Weg. Da hat jemand was hingelegt. Buh! Wow. Okay. Ja gut. Oh, 6 von 10. Jetzt geht drauf voran. Geht ja dann schneller, als ich gedacht habe. Ja, erstmal Kaffee trinken, genau. Legt mal hier das Zeug da weg. Ja, ich glaube, ich spinne. Jetzt kann ich da nichts hinstellen. Kann man es vielleicht schon in Auftrag gehen, oder beziehungsweise verkaufen. Wuseln wir aber ordentlich rum, ne? Also... Ging doch besser, als ich gedacht habe. Das eine Regal fehlt noch. Kommt der jetzt nicht hin, oder? Doch. Genau, macht das noch fertig. Perfekt. Markt öffnen. Und dann verkaufen wir unsere Produkte. Perfekt. Unsere ersten Sachen, die auf dem Markt verkauft haben. Toll. Das wollte ich eigentlich nur, dass ich eigentlich mal das Regal platzieren kann hier. Schuhe mal ein bisschen vor. Da wird es auch abgeholt. Ja, perfekt. So kann man Auftrag geben. So ein nettes kleines Regal hingestellt. Da müssen wir mal gucken. Das müsste dann auch gleich kommen. 1260. 1622 Goldminzen. Jawohl, sehr schön. So, der Markt aktualisiert sich aber auch bald wieder. Ist halt die Frage, Update in 10 Stunden. Dieses Plus war, das sind neue Produkte. Okay. Wäre es noch eine Überlegung wert, davon einfach noch was herzustellen? Weil ich meine, der Preis ist doch super. So, dass wir vielleicht nochmal 10 produzieren. Machen wir mal. Ich meine, warum nicht, ne? Haben wir ja ein bisschen Goldminzen gemacht. So, ist das Regal denn auch da? Es werden hoffentlich die kleinen Teile dann auch mit dahin gelegt, dass wir dann nicht über die ganzen Sachen drüber stiefeln müssen. Da kommt Holz. Die Aufteilung. Die Aufteilung muss ich neu machen, okay. Das wird nicht... Ach, das muss ich glaube ich separat irgendwie dann immer ändern. So, machen wir das so. Dann schiebe ich das hier rüber. Schiebe, schiebe. Dann haben wir hier das, das, das. Dann ist es wieder genauso aufgeteilt wie vorhin. So, schön drunter gestellt. Ja, perfekt. Okay, super. Okay. Machen wir einfach wieder 10 Regale. Was soll der Geiz? Ist halt... Zum Anfang müssen wir halt ein bisschen... diese Sache machen. Haben wir bei den Stufenaufstieg, dann könnten wir dann eventuell dann auch den einen oder anderen Skillpunkt dann in die höherwertigen Sachen reinsetzen. Da ist halt eine Sache, was man das dann reinpackt. Aber ich glaube, mit der Aufteilung waren wir eigentlich recht gut bedient. Haben uns halt mal ein Regal gegönnt. So, wie sieht denn das jetzt eigentlich da aus? Komfort, Laune 2. Wenn wir da jetzt noch was... Noch sind sie ja nicht ganz so happy. Deko. Da geht noch ein bisschen mehr. Ist halt die Sache, wenn ich das jetzt vollstelle und ich brauche irgendwelche anderen Stationen... Ähm... Hm. Stelle ich da noch eine Blume hin? Ja, komm, ich stelle da noch eine Blume hin. So. Kann ja dann auch sein, wenn andere Produkte... Was jetzt? Ah, okay. So, kurz mal ein bisschen runter. Ist ein neues Produkt auf den Markt gekommen. Oder eine Aufgabe von unserem... Ähm... Von wem denn? Ach hier, von Crazy Steve haben wir bekommen. Mein Freund, das wird großartig. Bei dem aktuellen Wert der Katzenstreuaktien ist ein Investment in Dala fährt genau richtig. Etwa 14 ist perfekt. Ähm... Menge 14. Belohnung 1553. Ruf 2800. Frist 2 Tage 6 Stunden. Eigenschaften 2 und 10. Ich glaube aber, dafür brauchen wir eine neue Station. So, das sind die Dala-Wertchen, die wir einmal herstellen müssen. Dann können wir hier das Holz auswählen. Natürlich erstmal wieder das helle Holz. Dann die Station auswählen. Dann nehmen wir dann diese hier. Dann nehmen wir diese. Okay. So, und dann müssen wir die Pferdchen nämlich anstreichen. Ja, und das haben wir nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen eine Streichstation. Entfährst du die kreative Energie der Fabrikarbeiter? Kann ich die einfach davor setzen? Wo die Pflanze... Ja. Okay. Gut, machen wir das. Was kosten die Stationen überhaupt? 1560. Man sollte den Auftrag auch annehmen, ne? So, haben wir das. Dann muss ich das da noch hinklicken. War das jetzt die falsche Taste? Oder habe ich das... Ja, genau. Habe ich doch richtig gut aufgeteilt. Richtig gut aufgeteilt. Okay. Haben wir alles fertig. Geben das einen Auftrag. Und ich werde... Jetzt müssen wir mal gucken. Ich werde aber diesen Auftrag priorisieren. So. Dass wir die Pferdchen hier... Vorher herstellen. Pferdchen, Pferdchen. Okay. Da brauchen wir nichts. Da brauchen wir auch nichts. Okay. So, damit wir da hoffentlich hinterher kommen. Hier haben wir ja auch die Rangliste. Angeträumt GmbH ist auf Rang 20 mit Eigenkapital von 45.720. Goldmünzen, Einkommen 2.101, Profit pro Stunde 76. Ja gut, auf Rang 1. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, um da hinzukommen. Ihr seht halt, wir hängen jetzt auch hinterher mit dem Auftrag. Ich hoffe, das kriegt man noch irgendwie hin. Haben wir jetzt Laune minus 2 da wegen der Maschine. Herzlichen Glückstrumpf. Okay, da kommen die Produkte. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig aufgezeiht. Hier werden die Pferdchen gemacht. Moment. Holz. Ja genau, da werden die Pferdchen auch gemacht. Und da werden sie angestrichen. Okay. Dann hoffe ich mal, dass das soweit klappt. Wir schieben mal ein bisschen vor. Dass wir eventuell hoffentlich die Pferdchen noch rechtzeitig abgeben können. Wir sind jetzt bei knapp 3%. Hängen noch etwas hinterher. Aber ich glaube, mit der Aufteilung, ich glaube, das Anstreichen wird dann am längsten dauern, oder? Er legt jetzt die Klötze dahin. Und was passiert jetzt mit den Klötzen? Da wird ein Klotz gemacht. Jetzt gucken wir mal. Da wird ein Pferdchen gemacht. Okay. Alles klar. Müsste doch hoffentlich klappen. Machen jetzt ein bisschen Verlust. Dadurch, dass wir das andere Produkt jetzt hinten anstellen. Das Pferdchen da hingestellt. Das ist doch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Ich glaube, so geht das. Da macht jetzt halt keiner momentan Pause. Wird erst das Pferdchen angestrichen. Das müsste schon gehen. Ich glaube, wir sind im... Nee. Nicht ganz, oder? Dadurch, wenn jemand Pause macht. Ja, genau. Gut, okay. Wir stellen mal noch jemanden an. Gucken auf Fürfe-Effekt, ob ich es jetzt zeigen kann. Rekrutieren. Bupf, runtergefallen. Hallo. Schön, dass du für uns arbeitest. Okay. Aber ich glaube, das müsste dann eigentlich gehen, oder? Wenn dann jemand Pause macht, dass dann sozusagen alle Stationen immer gleich besetzt sind. Oh, das ist die erste Station mit der Reparatur bedürftig. Zwei von 14. Aber wir bleiben im grünen Bereich. Sehr gut. Reparieren. Ich halte mich mal noch zurück. Weil es geht noch. Hier sieht man dann halt, hier ist der Punkt angekommen, wenn es explodiert. Hier ist dann das erste reparaturbedürftige Anzeichen. Damit finde ich das Pferdchen angestrichen. Perfekt. Lalalalalala. Wie viele Pferdchen musst du da noch machen hier? Noch zwei. Lassen wir die zwei Pferdchen da noch machen. Und dann würde ich, glaube ich, erst mal reparieren. Weil nicht, wenn das nämlich explodiert, dann ist einmal der Mitarbeiter, dann sage ich mal, nicht not amused da drüber. Und das, ich glaube, das fängt auch alles Feuer. Oh, wir haben keinen Kaffee mehr. Ja, doch. Geht sich gerade noch so aus. Da muss man wahrscheinlich auch dann mal ein bisschen dafür sorgen, dass der Kaffee schneller gebraut wird, äh, gekocht wird. Gerüstet. Nenn es, wie du willst. So. Okay, das letzte Pferdchen. Dann müsste das da fertig sein. Was jetzt? Hm? Da war gerade ein Marker. Kein Platz mehr, oder was? So. Ah, ich glaube, wir müssen den Ablagebereich vergrößern. Ähm, wie war denn das? Guck mal, die Ladezone. Und dann diesen. Jetzt haben wir ja zwei. Ne, das ist ja doof. Moment. Hochschuldigung. Ähm, kann ich das hier vergrößern? Wie geht denn das? Äh, leh, leh. Irgendwie ging das doch, oder? Verschieben? Ah, ja, genau. So. Ähm. Warte einfach mal draußen hingestellt. Panik. So. Hallo. Ah, jetzt. So. So, siehst du schon besser aus. Perfekt. Ähm, was wird jetzt hier gemacht? Die werden immer noch Pferdchen gemacht. Wieso wird hier noch ein Pferdchen gemacht? Ich dachte, ihr werdet fertig hier. Na gut, dann machen wir mal. 8 von 14. Niedlich sehen die aus. So, jetzt sind wir aber fertig, oder? Gut, okay. Dann kann man nicht erst mal reparieren, bevor dann der nächste Auftrag hier weiter bearbeitet wird. Da können wir ja nochmal so im Slowen, normalen Modus angucken, wie dann so ein Pferdchen angemalt wird. So, wenn man das auch nochmal sieht. So, dann mal weiter anzoomen. Wieder den ganzen so die Farbe. Ach, ihr habt chilligen Musik im Hintergrund. Lalalalalala. Da lässt sich's doch arbeiten, ne? Mit der Musik im Hintergrund. So, und zack. Fertig ist das Pferdchen. Okay, haben wir das auch mal gesehen. Vier Stück noch. Beziehungsweise, eigentlich werden noch zwei hergestellt. Ne, eins noch hergestellt. Und der Rest wird dann nur noch angestrichen. Haben wir aber gut hingekriegt. Dafür, dass ich eigentlich Angst hatte. Warum wird das hier nicht repariert? Hallo? Ah, jetzt, dankeschön. Angst hat, dass wir das nicht rechtzeitig hinkriegen. Ich glaube, die zweite Tischerstation hat sich gut ausgezahlt. Ja, beziehungsweise die Entscheidung, noch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin anzustellen. Dadurch können hier immer welche Pause machen. Und überall wird rumgewuselt. Können wir den jetzt schon abgeben? Wir haben ja schon 13. Das ist eigentlich schon so gut wie fertig. Da würde ich aber freuen. Wir haben sogar noch 23 Stunden Zeit. Perfekt, fertig. Abliefern. Aber die alle reinkriegt, nur ein LKW. So. Aber die werden nicht abgestellt. Dazu ist vielleicht das Regal zu klein. Dass man dann da ein größeres Regal hinsetzt. Kann man das schon machen? Guck mal hier. Effizienter Stauremone, Hindernisse. Wenn dein Kram hier nicht reinpasst, dann leg ihn besser auf den Boden. Gucken wir mal. Schauen wir mal ein bisschen vor. Ah, kann ich jetzt nicht. So. Passt da noch ein Regal daneben? Das wäre toll. Wenn jetzt das eine Pferdchen da weggenommen wird. Okay, gucken wir mal. Huch. So. Direkt daneben passt das nicht, ne? Das ist zu eng. Okay. Dann setzen wir das... ...da so hin. Kostet noch mal 300 Goldmünzen. Aber ich glaube, die Investitionen, die lohnt sich auf jeden Fall. Da steht das nicht alles für so einen Weg rum. So, alle Pferdchen rein in den Lagerraum, Laderaum, Lagerraum. Und dann geht's rund, geht's los. Ab zum Flohmarkt. 1553 Bezahlung und 2800 Erfahrung haben wir erhalten. Und haben jetzt einen Skillpunkt freigeschalten. Und könnten uns jetzt halt aussuchen, ob wir in die Holzproduktion gehen, in dem Baum, Bautool oder in die umweltfreundlichen Produkte. Ja, das soll es mal gewesen sein. So als kleine, angeträumte Einführung mit Tutorial. Die ersten Produkte hergestellt. Das wird natürlich dann alles noch viel größer. Mit Räumen, die man sich dazu kauft. Mit Gebieten, die man anbaut. Mit neuen Maschinen, die wir so noch gar nicht kennengelernt haben. Mit extrem großen Bauplänen und alles. Auf jeden Fall gibt es auch noch eine Menge zu entdecken. Eine Menge rumzususeln. Ich hoffe, euch hat die Einführung gefallen. Wenn ihr davon mehr vielleicht sehen wollt, dann könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mich gerne wissen. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag, Morgen, Abend. Je nachdem, wie man das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.